Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute im Test, die Argento, hier sieht man sie, das ist die Argento Goldmarie. Hier natürlich wieder ein kleines Fazit, Goldmarie Argento, richtig richtig tolles Teil, 20mm Kaliber, muss man sagen, aber trotzdem mega tolle Ausbreitung, gute Zerleger und natürlich top Preis-Leistungsverhältnis. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.